Der nächste mit. Komm kreischen. Hallo, ruckabäa. Ich bin es, der Jürgen. Grüß Gott, sicherlich. Ich bin Franz Begenbauer. Hallo, ruckabäa. Ja Toni, bist du ein Nudelgericht oder was? Guten Morgen, mein Name ist Oliver Bierhoff. Die Klanz ist euer Hoffermeister! Jaaaaaa. Einigkeit und Recht und Freiheit. Sag mal so singen oder so sehe ich dich echt irgendwie überhaupt nicht. Für den deutschen Fußball-Bund. Versuch's auch mal mit Fußball, das wär echt geil. Okay, look at that, come on, come on. Fuß raus und mehr Bewegung. Du musst dich zeigen. Ups, jetzt ist mir die Krawatte verrutscht. Ja, Licht ist da, zweimaliger Weltmeister, da muss man immer gut ausschauen. Durch das erste Golden Goal. Du siehst irgendwie so auf dem Kopf so aus, wie Bauer sucht Frau. Weißt du, und dann kannst du echt noch nicht mal Deutsch. Also, nö, ich find das echt nicht okay, ehrlich. Cuatro uno, claro. Cuatro, Cuatro uno. Que se cagaron ahí, la cuatro para abajo. Que bello! Okay, Rose, Rose für Rose. Ich wechsle jetzt zu Bayern, ne? Nein. Doch, na ja. Der Jürgen Aude in Sack. Hörendes hat mich schon angerufen, ne? Hallo Mama. Ja. Ich bin's, ja. Ja, alles super. Ich wollte nur kurz eben fragen, wie machen wir das jetzt? Machst du Schweiz und ich Österreich, weil ich ja in Kitzbühel wohne? Nee, kein Spaghetti. Boah, nee. Ich kann's nicht mehr sehen, echt. Nee, auch keine Pizza mehr. Hängt mir zum Hals raus, echt. Mach mal schöne Schnitzel mit Bratkartoffeln. Ich hab irgendwie das Gefühl, ich steh heute neben mir. Ich weiß auch nicht, ja? Ciao Mama, ich hab dich lieb. Wie geht's unserer Frau? Was macht die Heidi? Das sind die Frau? Bele Mama? Ich bin's. Wie geht's? Wie geht's? So was machen wir? Gegen wen spielen wir überhaupt? Mach mal das mit den Gummibändern wieder? Ich fahle das gar nicht. Die nächste Woche. Komm rein. Dann geht's. Dann geht's.